UNTERTITELUNG For the first time, movie itself with its principles and its laws and its grammar is subject to some extent for me. For the first time I do a genre film and I follow the laws of the genre and that of course is a difficulty and a challenge for me. But more than anything else it is a question of establishing a link between the great legitimate German cinema of the 20s. And here, I tell you then, if you're too far, you're standing here for a while and then you're slowly in the Krebs-Gang. And here is the phase, when you're there, I don't see you anymore. You have to move forward. Well, here I'm still visible. Yes, here I'm still visible. Yeah, the camera, yeah. Not quite so high, yeah. So, you know, very easily, where you go. Also, here, when I'm always over the Balkan, I'm always there? Yes, then you're first away. Here,�� Here we go. Okay, let's say there we govolive. Let's see you go. Es ist mir, denn ich bin Nosferatu, in der Nosferatu-Picture. So mein Antwort ist, Nosferatu ist mir. Es ist real, Nosferatu, wie viele andere Dinge. Wenn du etwas bist, natürlich, du glaubst automatisch. Aber du hast es nicht so gut, du glaubst. Ich würde es nicht mehr akzeptieren, wenn es nicht in mir wäre, wenn ich nicht fühle mich. Ich würde es nicht mehr akzeptieren. Ich würde es nicht mehr akzeptieren. Ich würde es nicht mehr akzeptieren. Mmmh! Oh! Musik Musik